Jawoll, Gosek 2 und los! Und hier mitten in der strahlenden Hafenstadt als ehrenhafter Paladin-Held ist es uns gegönnt, einen ebenso ehrenhaften Mann aus dem Knast zu entlassen. Wolfga, lass mich zu den Gefangenen. Es werde gewagt. Es ist mir zugewagt. So gewagt bin ich nicht. Grüße, André. Du bist jetzt also ein Paladin. Ja, gratuliere. Ich habe mir von vornherein gedacht, dass du nicht lange bei der Miliz bleiben wirst. Ja, sehr geil. Ich glaube, Cornelius lügt. Bist du sicher? Ja. Ja. Was für Beweise hast du? Ich habe sein Tagebuch gelesen. Er wurde geschmiert. Es war alles gelogen. Wenn das wirklich stimmt, musst du sofort zu Lord Hagen gehen. Zeige ihm das Tagebuch. Er wird sich dann um alles kümmern. Allah, ich habe das dem schon gezeigt. Du sollst die Gefangenen freilassen. Junge, was ist da los? Du bist doch der Kerl, der Kanta den Händler angezeigt hat. Es waren jede Menge Leute hier, die sich für ihn verbirgt haben. Angesehene Leute. Ja, und? Die Sache war wohl ein Missverständnis. Ja, sowas kommt vor. Hallo, hallo. Mach in Zukunft besser auf, wen du in den Knast bringst. Alter, ich wollte Bennet befreien, nicht Kanter. Es soll der Geiz und Ehrenhaft. Hallo? Ich will ja nichts sagen, aber ich war hier. Pallert jemand so? Ehre? Wo ist die Ehre? Ja? Hier. In dieser Rüstung. In dieser Rüstung. Alter, moin Jungs. Was geht? Wo ist mein Lieblingsschmied? Ein Garo? Cornelius? Ah, Cornelius ist hier. Kann das sein? Kann das sein, dass der Typ schon draußen ist? Und ich hier absolut umsonst hingedackelt bin? Borca? Nagur? Jiii. Borca? Schau dir an, was du gemacht hast. Ist das deins? Borca, du bist so eklig. Borca ist eklig. Kann er doch nicht. So was kann man doch nicht machen hier. Und da ist nur Halvor drin. Er ist... Verdammt, was ist los? Er ist aber alle gefangen. Die ist wegen mir hier. Nicht wegen Bier. Wegen mir. Jo, gut. Okay, okay. Ich meine, der hat jetzt irgendwas wegen Kanter gelabert. Ich meine... Warte, das ist ja dann doch Sarah weg. Nein. Sarah. Kanter. Nein. Was ist da los? Äh, Klinge. Dankeschön. Kanter. Das ist ja schrecklich. Was hast du getan? Sieh an, da bist du ja wieder. Warum sitzt du nicht im Knast? Ich bin freigelassen worden. Wie ich es dir schon sagte, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Was? Eine dumme Sache. Verleumdung. Verleumdung. Du wirst ja im Händlern nicht mal mehr ein Brot kriegen. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für, sagen wir, 500 Goldstücke. Äh, für, sagen wir, ich hau dir aufs Maul? Äh, nein. Nein. Ich bin hier, um Dinge zu tun, Kanter. Wo ist Sarah? Hallo, ich hab hier ne Waffe. Du musst aggro werden. Kanter? Hat er, hat er Sarahs Piraten-Säbel? Hast du, was hast du mit dir gemacht? Kanter. Du. Alter, der fechtet mit dem Ding. Alter, der, der hat das. Er hat's drauf. Junge. Junge. Paladin-Rüstung? Ist das Ding aus? Äh. Baumwolle? Hallo? Ich hab hier, ich hab hier die übelste Plattenrüstung an. Der kann mit seinem... Er arbeitet auch den ganzen Tag. Äh, weiter oben. Der kann doch mit seinem... Ich erzähle dich gar nichts mehr. Äh, mit seinem Möchtegern-Säbel kann er doch gar nicht so viel Schaden anrichten, Kanter. Er erzielt alle. Mein Gott. Mein Gott. Boah. Wie der reinkrittet. Kanter. Oh, mein Gott. Bam. Blablabla. Kanter, du Stück. Silberner Ring. Kann doch nicht wahr sein, Jungs. Jungs, habt ihr gesehen? Der, der, der Typ erzählt Geschichten. Balltraum. Was willst du? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Mit dir mach ich keine Geschäfte. Ja, die Frage ist jetzt, wenn ich, wenn ich den jetzt oben bring, ne? Ich hab was anderes gehört. Ach, das wird nie wieder irgendjemand hier handeln. Kanter. Es war sehr dumm von dir, mich an. Entweder du machst die Sache wieder gut, oder ich werde dafür sorgen, dass... Und was schwebt dir da vor? 100 Goldstücke. Ja, gut. Wie hast du dein Gold? Vergessen wir die Sache. Sehr vernünftig von dir. Und jetzt... Bist du gekommen, um zu bezahlen? Äh. Und jetzt nochmal 500 für den... Äh. Na schön, ich bezahle. Du lässt mir ja keine Wahl. Gut. Dann... Äh. Ich will mal dafür sorgen, dass du wieder im Ansehen der Händler steigst. Äh. Gib mir mein Gold zurück. Danke. Äh. Ich muss weiter. Von mir aus... Alter. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Zeig mir deine Ware. Such dir was. Achso, der... Der hat jetzt nix mehr, weil ich ihn umgekaut hab. Äh. Was ist der Piraten-Säppel da, ne? Äh. Hab ich die abgenommen. Alla. Ende. Ich muss weiter. Von mir aus... Alter, was ist mit Sarah? Und... Gibt's hier noch andere Möglichkeiten, das zu regeln? Keine Ahnung. Leute, was geht? Äh. Ich hab gehört, wir sind wieder... Ja. Zeig mir deine Ware. Wir sind wieder fein. Sehr gut. Äh. Ende. Hey. Hast du vielleicht... Hast du vielleicht... Einen Trank? Hast du einen Trank für mich? Ja, sehr gut. Zeig mir deine Ware. Hast du was Geiles? Er hat nichts Geiles. Äh. Ja, den... Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Ende Gelände. Grüße. Sehr... Bilgott! Alla, Junge. Er hat's geschafft. Der... Der Milizboy hat's geschafft, Bilgott. Ich danke dir. Ja. Ich danke dir. Oh Gott, ja. Guter... Guter... Guter Mann, ey. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre, dass ein Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Uhu. Natürlich ist es eine Ehre. Hast du vielleicht zufällig einen gewissen Gürtel, der... Zehn Stärke macht, hat er nicht... Aber 15 Rohstahl. 15 Rohstahl. Danke. Ja, ich äh... Also irgendwie... Irgendwie wird nach dieser Folge... Einfach... Sehr nice. Zeig mir deine Ware. Äh... Herr Ongro Stahl. Ja, danke. Guter Mann. Guter Mann, okay, okay. Ende, Ende. Ich glaub, die haben nix. Ich glaub, die haben nix. Ja gut, ja gut. Da brechen wir auf. Ich meine, es gibt jetzt... Zum einen Stärkepunkte zu lernen. Und den gibt's auch noch. Abidgin a la Junge. Den gibt's ja auch noch. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten. Und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 250 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Einen Blick in die Zeit? Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ja. Du wirst erzwingen, was niemandem sonst bestimmt. Über Glut und Schnee, durch Eis und Flammen. Männer in fremden Rüstungen. Ein Sumpf. Echsen. Sie erwarten dich. Oh nein. Nicht die Echsen. Mehr kann ich nicht sehen. Okay, Ende. Vielen lieben Dank. Okay, wir haben 27 Lernpunkte. Und brauchen... Wir brauchen ungefähr 20% Einhand für Meister. Wir brauchen auf jeden Fall... 3 Stärkepunkte für eine gewisse neue Waffe. Und dann nochmal... Wir schauen jetzt mal. Wir schauen jetzt mal. Grüße. Lass uns mit dem Training beginnen. Ich hätte gerne Einhand plus... 10, ja. Ah, das war teuer. Und damit... Damit ist er noch kein Kämpfer. Er ist Kämpfer. Er ist noch kein Meister. Brauchen wir für Meister 60? 50 oder 60. Ich befürchte, dass wir für Meister 60 brauchen. Oh Gott, ihr... Die Overpowerung ist voll im Gang, aber... Er ist so überhaupt noch nicht fertig. Aber gut, aber gut. Äh, diese... Diese 50... Also diese ungefähr 50%... Das ist schon mal ein guter Anfang hier. Harad. Er arbeitet noch für die... Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Auf jeden Fall. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen, ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Oh. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre Wahrheit. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Uh. Brutal. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ihr Paladine dürft euch glücklich schätzen, so hervorragende Klingen führen zu dürfen. Auf Anordnung von Lord Hagen darf ich dir nur eine einzige Erzwaffe verkaufen. Ja. Also, was darf ich dir anbieten? Ja, aber... Das ist... 2000. Wie wäre es mit der Fähigkeit selbst deine Herzustellen, Harald? Wie wäre es damit? Zeig mir deine Ware. Was darf ich dir anbieten? Möchte... Möchte er wohl nicht. Nochmal 8 Klingen. Äh... Schatz vor Feuer. Stärke 10. Das ist... Das ist genau, was ich möchte, Harald. Du bist... Er ist der Gönner des Todes. Äh... 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 Absolut stabil. Aus... Äh... 5... Macht 10. Harald, äh... Ne, Brian. Bei dir kann ich doch auch... Bei dir kann ich doch auch tödeln. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiede-Rollinge verkaufen. Bei dem kann ich doch... Oh, 14 Stück. Äh... Du wirst... Da gibt es so einen Boy. Du kannst den Gürtel von mir haben. Gönn dir. Ich... Äh... Brauche ich nicht mehr. Gönn dir. Sieben... Sieben Dinger übrig. Ähm... Da gibt es so einen Boy. Und der hat... Der hat jetzt vor in der... Nächsten Folge... Ach, jetzt kann ich nicht... Also... Wenn die Folge vorbei ist, mal eben... 40... Haben wir jetzt 40 Rohstahl? 32... Haben wir 2 und... 32 Schwerder? Äh... Äh... Nicht wegschmeißen. Ich hoffe... Äh... Euch ist... Allen klar, wieso ich diese... 32 Rohstahl nicht... Während der laufenden Folge... So schwer dann verarbeite. Also ungefähr... Keine Ahnung. Lades. Grüße. Ich kann das Ornament... Zurückverlangen. Ach, weil der einen... Weil der einen jetzt nicht mehr geleitet. Schade. Ich hätte... Ich hätte es gehofft... Der... Geleiterer einen. Was ist denn los? Wir brauchen 2 Stärke. Ja, Nummer 3. Oh ja. Er ist so gut. Der Held. Er ist einfach... Er ist einfach schon zu gut. 60. Jo. 3 Lernpunkte über. Ja, die... Lassen wir mal über. Doch Gold. Eigentlich... Eigentlich müsste ich den... Shit jetzt... Verschmieden. Dann hätte ich Gold und könnte noch ein bisschen was einkaufen. Aber egal. Egal. Die Kampffähigkeiten haben sich... Enorm verbessert. Ins... Äh... Unermessliche. Mach mal einen Quick Shave. Jetzt geht's auf zum Ding. Auf. Auf zu einem gewissen befreiten Mensch, der nicht mehr hinter Gittern steht. Korines. Burg. Großbauer. Auf geht's. Auf geht's. Jo. Ach, diese... Die frische Landluft hier. Kord. Was geht, Alter? Ist du Gold? Äh, gut. Kein Gold. Kein Gold von Kord. Alter, wie der seine Waffe zieht. Der ist ein wahrer Kämpfer. Oh, du hast Gold, oder? Schlück. Slick. Schlück. Sehr geil. Nächste Bauer. Du hast nichts, ne? Ja. Hast du was zu tun für mich? Erle ist ein Söldner. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzen-Typen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mehr Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst einmal nach dem rechten Seen und legst die Kerle um. Yo, easy. Das habe ich vor. Jetzt habe ich schon auf jeden Fall vor. Siver, gib mir Gold. Er hat kein Gold. Yo. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich habe was für dich. Wow. Was meinst du? Ein Geschenk. Eine Drachenjägerrüstung vielleicht? Ich nehme erstmal dein Gold. Als Geschenk. Was denn? Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaube dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Was? Ja, geil. Äh, Lebenskraft. Hi. Da, da, da. Wie sieht es mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Da, da, da. Hast du zufällig. Hast du zufällig. Söldnergürtel. Zweihandkampfgürtel. Er hat keine, er hat keine Minecrawlerplatten. Ich hätte es noch so gerne. Wir brauchen vier Minecrawlerplatten. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwert und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Wir brauchen Platten vorbei. Uh, Rohstall. Wir brauchen Minecrawlerplatten für eine Rüstung. Ich will, ich will matt, ich will matt in die, in die Crawlerrüstung stecken, alle. Okay. Ich habe so einiges gehört. Okay. Bisschen Heilung. Denn hier drinnen, in der Taverne, da gibt es einen Mann. Einen Mann, der, ja, der ein bisschen, er ist die rechte Hand eines anderen Mannes. Und, er hockt, er hockt, er. Grüße. Du bist ja immer noch hier. Ja. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass ich dich in Frieden ziehen lasse. Du hättest besser auf mich hören sollen. Ich werde mich dann weg. Ja, was ist denn los? Ah, oh nein, er greift mich an. Er greift mich an, oh nein. Okay, wo ist er jetzt? Oh, komm. Ja, hast du dich. Du hast dich. Er hat damit gerechnet, dass, dass der Boy... Oh Gott, macht der Schaden. Nicht schlecht. Uh, uh, uh. Ah, ha, ha, knapp. Uh. Oh, Lümmel. Drückt er einen Schaden? Ich habe eine Paladin-Rüstung an. Ich habe eine Paladin-Rüstung an, die hat 100 Schutz. Und er drückt so einen Schaden raus. Ulko, was bist du für ein krankes Schwein? Versuch das ja nicht nochmal. Ach ja? Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, ja. Erzähl das jemandem, der das interessiert. Warte mal. Ach ja? Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. Warte mal. Geht da noch was? Nee. Alter. Das war ein Kampf. Uh, ausgemärzt. Silvio, willst du auch Stress? Na gut, Silvio will keinen Stress. Moine. Du hast es, Bulko, aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erst mal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Yay. Sehr nice. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, da musst du auch was dafür tun. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekopps Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von dir. Wenn du mir die Kräuter bringst, mach ich dir einen Eintopf. Alles klar. Alles, oh, der Typ ist so in den Boden. Teglas Eintopf, Stärke Bonus 1. Deswegen, deswegen will man unbedingt mit, also ein Kumpel von Teglas sein. Also mit der Frau will man sich nicht verscherzen aus gewissen Dingen. Jo, aber ich sehe, wir sind... Wir sind noch gerade extrem gut. Das ist dein Goblin-Skelet. Äh, weg mit dir, Goblin-Skelet. So, was gibt's jetzt hier in der Wildnis? Das ist die... Ah, das ist die alte Gruft. Äh, Mihaly, yeah, I can show you something. Ja, ich kann dir auch was zeigen. Äh, es gibt hier nämlich noch eine gewisse... Äh, Heilerin. Oder eine gewisse Tegla, die sich hier irgendwo... Nicht die Tegla, die... Die Sackgitter. Die wurde ja schon bei einer anderen Fan-Folge erwähnt. Aber die... Die chillt hier. In ihr ist so der kleine Höhle, chillt die. Und... Ja, das ist... Das ist hier so irgendwo am... Felsrand. Gott und Schattenläufe. Das ist so... Überhaupt nicht gut. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Die Fackel war's. Er konnte nicht rennen. Die Fackel hat ihn gekillt. Er hat sich quasi die Hand verbrannt. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir... Dann nehmen wir einen anderen direkten Weg. Vielleicht hier so vorbei. Ja, es könnte sicherer sein. Es könnte sicherer sein. Ja, die Betonung liegt auf könnte. Es muss nicht sicherer sein. Ich habe jetzt einfach irgendwie... Keine Nerven, die ganzen Viecher hier wegzuschlachten. Nein. Ich meine... Der ein oder andere hat schon gecheckt. Die Folge neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt sind der Drachensnapper. Oh, leck. Okay, der Wald ist absolut gefährlich. So, hoffen wir mal, dass alle weg sind. Denn hier ist ein gewisses Höhlensystem einer gewissen Waldhexe, die hier ihr Unwesen treibt. Moin. Wenn hier böse Leute kommen, dann hause bitte. Gut, danke. Sag jeder Grüße. Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Ich habe gehört, hier gibt es ein Päckchen. Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. So ein Stück von meinem Lebensbalken. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Jo. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Doch. Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Oh, cool. Doch wenn es ihm dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Die Kräuter-Giftmischerin? Heile mich. Lass mich sehen. Hm. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Jo. Ähm. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Hast du vielleicht Giftpfeile? Die hat zwei Drachenwurzeln. Hast du auch... Hat die auch Goblinbeeren? Goblinbeeren hat sie auch. 250. Uh. Uh. Äh, ein Geschick umsonst. Neh, nehme ich mit. Pfeffer. Und einen Haufen. Seltsamer Stein. Nein. Der teleportiert. Äh, auch zur Kräuterhexe. Teleport Kräuterhexe. Äh, nehme ich mit. Äh, sorry. Den, 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 den gönne ich mir. Den gönne ich mir richtig. Heiltrankrezept. Mannertrankrezept. Äh, ich weiß nicht genau, ob die noch Standards sind. Lebensenergie in Prozent. Die reine Lebensenergie, okay. Äh. Tegla hat mich geschickt, ein Päckchen für sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. Sick. Ja, ich meinte, der Wald ist voll verseucht vor Schattenläufern und Drachensnappern. Dann ist es klar, dass die Frau da nicht durch will. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zur Zeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Easy. Was für eine Zutat ist das? Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze. Das Kraut nennt sich Sonnenaloey. Du erkennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Mh, mandelartig. Wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Nom, nom, nom. Ja, da gibt's noch. Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Vielen Glück bei deiner Suche. Jo, vielen lieben Dank. Äh, da gibt's noch nen anderen Boy. Ah, okay, die will Dinge tun. Da gibt's noch nen anderen Boy, der dringend irgendetwas von so nem schwarzen Troll haben möchte. Aber Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschleudert habt. Das war mir wieder wunderschön. Ich spiele jetzt noch ein paar Rohstelle. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, was ich zwei hauut rein. Bis zum nächsten Mal uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020